Und noch ein Gewinner mit ziemlich vielen Preisen. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens gewinnt die ZF Friedrichshafen AG sieben Stevie Awards. Ja, Sie dürfen schon mal klatschen. Ich halte... Das Unternehmen gewinnt zweimal Gold in den Kategorien Bestes Wirtschaftsbuch und Beste Veranstaltung live. Zwei Silber Stevie Awards für die Kommunikations- oder PR-Kampagne des Jahres und drei Bonze Stevie Awards in den Kategorien Bester Newsletter oder interne Publikation, Beste interne Kommunikationskampagne und Kommunikationsabteilung oder Kommunikationsteam des Jahres. Bitte begrüßen Sie heute Abend bei uns Frau Elke Hilger, Projektleiterin 100 Jahre ZF. ZF ist ein weltweit führender Technologiekonzern in drei der Antriebs- und Fahrwerkstechnik sowie der aktiven und passiven Sicherheitstechnik. Mit rund 230 Standorten immer mehr als 40 Ländern vertreten, zählt ZF zu den drei größten Automobilzulieferern der Welt. Schönen guten Abend. Ich habe mir überlegt, wir sind jetzt wohl das tapfere Schneiderlein nach den Kollegen, die sechs Awards gewonnen haben. Hier sind die sieben. Wir hatten ein turbulentes Jahr mit den 100 Jahren. Letztes Jahr hatten wir die Herausforderung, auf unsere Wurzeln zurückzuschauen, auf unsere Historie, aber ganz, ganz stark in unsere Zukunft. Wir hatten die Aufgabe, unsere Mitarbeiter zu involvieren und das global. Ganz viele neue Mitarbeiter auch letztes Jahr. Wir haben das geschafft. Das Jubiläum hat uns wirklich als Katalysator geholfen und es hilft uns auch weiterhin, jeden Tag jetzt mit diesen Awards unsere Zielsetzungen eines globalen Technologieunternehmens weiterzuführen. Vielen Dank an die Jury.